Rückwärtslaufen. Wer sich traut, verbessert seinen Laufstil. Auch das Rückwärtslaufen gehört daher zu den elf Standardübungen, die wir bei Laufcampus regelmäßig in Seminaren und Laufcamps praktizieren. Und wie Rückwärtslaufen richtig funktioniert, das zeigt dir in diesem Video Janek. Viel Freude damit! Wie man richtig rückwärts läuft, das hast du jetzt gelernt. Und wie man Steigerungsläufe richtig ausführt, das siehst du im nächsten Video mit Janek.